Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Jörg Bude. Willkommen zu meiner ersten Reaktion mit Facecam ohne Maske auf diesem Kanal. Wir gucken uns heute zusammen hier unten den neuen Trailer zu Super Mario 3D World Switch an. Zum Modus Bowser's Fury, der bereits geteasert wurde, über den aber bisher nichts wirklich erzählt wurde. Und zwar heißt der deutsche Trailer Super Mario 3D World and Bowser's Fury, die kolossale Macht von Wut-Bowser. Ich habe schon gehört, es soll irgendwie seltsam sein, aber ich will mir selbst eine Meinung bilden. Ihr seht, zwei Minuten, ab geht's. Dieses Bild hat man schon mal gesehen. Und sieht auch gut aus, finde ich. Ich habe das Gefühl, meine Facecam leckt ein bisschen, also wenn das auch im Video so ist, sorry. Bowser Jr. macht mit. Man spielt mit Bowser Jr. im Team. Und das sieht, das sieht fast aus wie, das ist eine Open World. Das ist eine Open World. Das ist eine Open World. Mit komischen Katzenschein-Sprite-Dingern. Das ist eine Open World. Das ist gerade krass. Bowser Jr. macht mit. Was ist das? Und damit kann man noch so was... Wirklich noch mehr von denen. Und dann diese komischen Katzensprites. Und das wird wohl Wut-Bowser sein. What the fuck? Yo. Okay, das Design ist unfassbar sick. Das ist unfassbar sick. Und der kann random einfach auftauchen, oder wie habe ich das zu verstehen? So wirkt das nämlich für mich, dass der einfach random spawnen kann, auch hin und wieder. Und eine riesen Katzenglocke. Mit der man dann seh... Nein, ein riesen Kampf. Ähm, ähm, äh, 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 was? Das sah so geil aus. Ich sag's, wie es ist, das sah so episch aus. Ich wollte mir das Spiel nicht holen, aber jetzt überlege ich. Vielleicht hole ich mir das Game. Ich wollte eh mal 3D World, let's playen. Das wäre eine gute Gelegenheit. Und dann dieser Modus, der sieht so episch aus. Und vor allem... Hier nochmal... Bruder... Gebt euch das da! Gebt euch fucking Wutbowser! What the fuck? Also, ich bin reingegangen in diese Reaction. Ich habe nichts erwartet. Da muss ich selbst fürs Thumbnail irgendein behindertes What the Fuck Face machen, um das zu beschreiben. Also, es kann sein, dass ich das spiele. Das sieht einfach so episch aus. Mein Bruder hat gerade schon gemeint, er will wissen, was da bitte das Storywriting ist. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wird es nicht so krasse Story geben, aber... Bruder! Bruder! Allein dieses Design! Dieses Bild! Dieser eine Screenshot! Reicht mir! Das war... Das war... Boah! Ich kann es nicht beschreiben! Tigger, was war das? Open World! Und das da! Bowser Jr. noch irgendwie dabei... Mh! Da habe ich Bock drauf! Also, das war es dann auch schon mit dieser kurzen Live-Reaction. Wenn es euch gefallen hat, weil mir hat es das... Gerade mal Like da lassen, könnt ihr auch gerne machen! Natürlich auch auf diesem Video! Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, sonst natürlich gerne den Kanal abonnieren! Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder! Bis dann! Und tschö! Tschö! Tschö!